Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video meiner kleinen Sommertour 2022. Heute bin ich in Sachsen-Anhalt, genauer gesagt in Terbst unterwegs, wo bis zum 8. August das Heimat- und Schützenfest im Schlossgarten stattfindet. Neben einem vielseitigen Rahmenprogramm mit Live- Musik und sportlichen Aktivitäten wie zum Beispiel dem 64. Reit-, Spring- und Fahrturnier gibt es natürlich auch einen Vergnügungspark. Und genau diesen, wie sollte es auch anders sein, stelle ich euch jetzt bei einem Impressionsvideo näher vor. Dazu wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß und gute Unterhaltung. So, legen wir mal alles los, kommt bei der Bahn, kommt bei der Spur, jawohl, lernen wir uns mal kennen, ja, alles klar, tack, ja, auf geht's, hier wieder auf, Mädels, jawohl. Komm in, ja, jetzt geht's los! Notkatro! Notkatro! Well that's! 베ines Showcase Let's Ed Bes Musik Alles alle hier. Hey, los, ey! Alles alle, aber auch. Norea, los, ey. Alles andere nehmen wir mal den Fuß von der Bremse. Jetzt aber haben wir schon, baby! Nun, die nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020